Äh, Herr Pfarrer, mit was kann ich euch helfen? Haben Sie heute noch etwas Schleckzeuge an? Ich habe heute noch kaum mehr mit der Unterstufe. Herr Pfarrer, das waren noch Zeiten, wo ich zu euch jetzt kaum noch bin. In dieser Runde haben wir noch die gleichen Lieder. Was meinet ihr denn so für gottsegnete Lieder? Ja, so meine Zeit steht in deinen Händen. Nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in dir. Du gibst Geborgenheit, du kannst alles werden. Gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir. Bei uns haben wir manchmal zu Humble Dyself gesungen. Kennt ihr das alles? Humble Dyself in the sign of the Lord. 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 Es liegt Juliet, Boot Dyself in the sign of the Lord. Wir können ja alle zusammen mal zu uns in einem Gottesdienst kommen.